So was gehabt Leute, Soxy und Sofa und Willkommen zu einem kleinen Kommentar, ja, im Hintergrund seht ihr eine Nuke auf der Xbox, ja, mit der Aiming Fales, mit der M8A1 gespielt, und ja, wieso auf der Xbox, ja, keine Ahnung, ich hab ja die neuen Maps jetzt runtergeladen und hab ein bisschen gezockt, und ja, ich hab jetzt seit zwei Monaten noch keine Xbox gezockt, deswegen erklärt sich schon die Aiming Fales, und ja, mit der M8A1, mit Rotpunkt, glaub ich, halt einfach auf den Juke, und ja, eigentlich ging, die Maps, die Maps und Black Ops, ja, finde ich richtig geil, Rush ist richtig geil, da hab ich nicht schlechtes Game, so ich glaub Team Deathmatch 46 zu 8, wenn ihr sie sehen wollt, könnt ihr meine Beschreibung sein, wo dann Live-Kommentary auf den neuen Maps geht auch, ähm, ja, was ich noch vergessen habe, es wurde auf der Maps, wo ist, äh, die Luka spielt Feuerkraft, ähm, Fingerfertigkeit, Feuerkraft, Linien, zweitloser, FB-2000, mir ist die Muni ausgegangen, Digga, ich hab auch den Helikopter ein bisschen vorgespielt, und ja, Black Ops 2 auf der Xbox, was kann ich dazu sagen, denn eigentlich, geht eigentlich, einigermaßen, wenn du eine richtige Lobby findest, wo halt nicht so Master Precision drin sind, die dich abfacken, wie die ganzen Campen und so, Franzosen, halt, dann geht das auch einigermaßen, und ja, wenn ihr Live-Kommentary oder sowas hören wollt, ja, von der Xbox, weil ich vieles bisschen mehr, ich würde sagen, ja, mit Xbox Live Gold geholt, drei Monate, weil ich hatte keins mehr, und, ja, und das Gameplay des 48 zu irgendwas, wo die auch von meinem Bruder Profil erspielt, weil, halt, so, keine Ahnung, ich hatte kein Gold, und ich hatte irgendwie Bock zu spielen, deswegen auch mein Bruder, da kommt, probieren, mit meinen zu spielen, weil, weil meine Mutter war noch nicht zu Hause, ich konnte, ich war, ich hab die Kontonummer und so nicht gewusst, weil, ich bestell ein Gameplay über Amazon, na, eigentlich ist das Gameplay auch gleich vorbei, ich will, unterlieg's jetzt mal ein bisschen mit Musik, und dann bis zum nächsten Kommentar, so, tschau'sen, Leute! und dann bis zum nächsten Mal,